Meine ersten Erfahrungen mit der Marmo-Leine waren wirklich positiv, weil ich das erste Mal mit beiden Hunden entspannt spazieren war. Man kann daneben auch noch telefonieren, weil man hat ja beide Hände frei, kein Leinenwirrwarr. Also ich finde es sehr cool. Meine absolute Lieblingsfunktion an der Marmo-Leine sind die 360 Grad, die der Hund damit machen kann, weil meine Hunde grundsätzlich gerne vorne und hinten und links und rechts schnüffeln und dabei gar keine Rücksicht nehmen darauf, dass sich die Leinen oft verwirren. Das passiert mir mit dem nicht mehr und deswegen liebe ich das Teil dafür.